so meine Damen und Herren willkommen wieder zurück zur dritten vor produzierten Folge von Landwirtschaft Simulator heute geht natürlich sauber machen los anscheinend nicht so da konnten wir hier nicht richtig abplanen das heißt LKW noch ein Stück nach vorne vielleicht ja die muss ich jetzt noch ein kleines Stück nach vorne fahren da geht er nicht weiter runter warum das ach weil er da drüben auf sitzt schon Position 1 ich weiß gar nicht wie das jetzt funktioniert ich habe noch eine Ladestation gekauft so den müssen wir jetzt noch wegziehen GQ können wir vielleicht noch was reinladen müssen wir mal gucken ja nicht gerade viel aber es ging noch was rein und das muss man so auch ein schwarzes Schaf so guck mal ist jetzt bei 70% wo will ich denn jetzt noch sauber machen dann habe ich keinen Plan was mit sauberkeit gemeint ist weil hier rein können sie nicht und dann komme ich nicht aber gehen wir mal zur Ladestation gucken wir mal was die bringt die hat mich nämlich auch ein paar Tausende gekostet obwohl die hatten mir ein paar Hunderter und das Ding hat mir glaube ich 12.000 so irgendwie sowas um die Dreher ich trinke hier ich trinke hier Okay. Hm. Gut, okay, dann habe ich keinem. Lass uns schon mal. So, wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt schon wieder 12 hier. Und was geht schnell? Das geht jetzt auf jeden Fall relativ schnell voran. So, was sagt ein Däch um? So, wenn ich wüsste, wie viel ich letzt mal verkauft habe, dann wolle. Braucht nicht erstmal irgendwie Platz. Oh. Hm. So. Den können wir dann immer wieder vorziehen. Wasser nochmal gucken, ob da was zu machen ist. Das war schon, okay. Hänger... Müssen wir mal gucken, wo wir den hinstellen. So schlecht steht er da gar nicht. Obwohl, eigentlich steht er doch schon scheiße. Sie haben Leute mit der Aufräumarbeit. Das muss auch mal sein. Oh. Dann drehen wir nämlich einmal. Genau. Runter. Runter mit dem Kack. G und Q. So. Gucken wir mal kurz. Wir haben jetzt schon wieder 15. Mich würde mir doch interessieren, wie viel es jetzt hier gibt. Alles, wenn wir jetzt noch wegfahren. Danach räume ich das wieder ungefähr so auf. Und dann lasse ich das. Dann haben wir drei Ports aufgenommen. Oder vier. Drei. Ports. Vier. Keine Ahnung. Und dann können wir das mal hier ein bisschen laufen lassen. 15. Und da ist 0% gefüllt. Da wissen wir alle, wie viel hier reinpasst. Aufpacken? Vielleicht. Muss das so. Und G und X und fahren. Wie gesagt, danach bin ich den Port. Dann war es auch schon wieder. Weil brauchen jetzt so ungemein gilt. Nichts warum muss ich daran denken, dass ich die anderen Fälle noch... Also die oberen Möchel ist eigentlich Ding. Wo ob ich da andenke. Das ist natürlich eine Frage. Eigentlich könnte man einen kleineren Hänger dafür nehmen. So, auf, fahren wir das Gun hier weg. Ich brauche noch viel, viel mehr Scharfe. Was war denn jetzt die 15? Oh. Wird nie viel Geld geben. Das ist die Scheiße. Und ich muss langsam aufs Klo. Ha. So eine Scheiße. Ich weiß, dass das Luppig kommt auch zu Gamescom. Das weiß ich. Luppig kommt zu Gamescom. Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihm treffen will. Der ist scheiße. Der schlägt mich. Ich weiß nicht. So. Dann gucken wir mal. 15 sind drauf. Und 94 kriege ich. Okay, gut. Leute. Dann war es das mit diesem Port. Lasst noch eine Runde da, wenn euch das ganz gefallen hat. Wenn nicht einen Daumen hoch und schreibt mir, kommt darauf, wenn wir mehr davon sehen wird oder auch nicht. Und dann müssen wir das mal. Sagt der Herr Menzi. Ciao, ciao. Ciao.